wie schmeiße ich die mit drei ich hoffe das funktioniert auch versuchen wir es mal das ist aber auch keine fläche auf die wir die locken können ich hoffe das reicht aus ich muss einmal nach links gucken ob alles im lot ist propan tank mit e aufnehmen greife ich die an oder stehen dann wo noch andere zombies auf er diese rucksäcke dass hier so viele rucksäcke rumliegen hat er gesagt nein nein ich sehe hier niemanden rescue station help in zeit ja wir gucken mal rein nach so viel hilfe sieht es nicht aus aber auch noch nicht nach tod ich bin noch guter wo ist denn ja hier Hallo? Ich habe keine ranger hier, Frau. Ich war nur mit ihm. Wer ist das? Ich bin Daryl, der Mann, die du gerade ausstattet hast. Wo sind Sie? Ich bin der Motel in Pemberton. Ich bin... Es war ein Deputy hier, aber er ist dead. Ich benutze das Radio-Thing. Sie sind gerade dritt. Kannst du sie hören? Schau es zusammen, Elisabeth. Bleib ruhig. Sie können wahrscheinlich dich hören. Nein, nein! Ranger, hilf mir! Hilf mir, bitte! Frau, Elisabeth. Es gibt keinen Ranger. Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Da können wir natürlich nicht ganz viel machen. Mal gucken, lesen wir mal, was hier noch so alles steht. Äh... Hospital closed. Half of all cargo pants. Missing irgendwas. Campground not safe. Any survivors. Local festival disaster. Sie müssen... Ich gucke gerade, ob hier irgendwo noch so kleine Gimmicks oder solche Anspielungen auf die anderen Spiele oder auf die Serie oder... Habt ihr mich erschrocken, du Arschluss? What do you think about that? Huiuiui. Alle wieder, was? Wo ist er hin, der tote Ranger? Was? Lecke mich am Arsch. Äh? Ich hab doch hier den Ranger umgebracht. Wo ist er hin? Der mich übel erschreckt, ey. Alter Schawutzki. So, wir gucken jetzt mal eben hier... Ich gucke jetzt trotzdem hier weiter. Ob du willst oder nicht. How many of these things are there? Area safe. Militär evacuation notice, bla bla. Dead walk the earth now. Atlanta safe zone. Roads are... Äh, irgendwas to city. Shoot to kill. Must be the brain. Na gut, lange genug geguckt. Ich hab jetzt nichts gefunden. Sind scheinbar echt nur Bilder aus diesem Spiel. Schade, ich hätte mich gerne über so ein paar Gimmicks gefreut. Da kann man nicht reingucken, ob da noch einer drin hockt. Boah, der hat mich von der Bauch echt fies erschrocken. Munition. Munition. Eine Granate. Oh, Schlüsse, Schlüsse, Schlüsse. Was? Ich glaube, es wird wieder... Ich glaube, es wird wieder Zeit zu flüchten. Ach, du Scheiße. Ähm... Nehmen wir das Gewehr, da hab ich einfach die meiste Muni grad für. Oh, oh. Oh Gott, lad schneller. Shit, 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 shit. Nein. Klappe zu. Ich hoffe, die sind jetzt anderweitig beschäftigt. Das fände ich super, wenn ich mich jetzt daran vorbeischleichen könnte. Ach, du Scheiße. Fuck, ey. Und ich hab noch nichtmals mehr Platz jetzt irgendwie. Hehehe. Ich glaube, wir kommen auch sonst nicht dran vorbei. Nein! Wie kacke ist die denn gerollt? Okay, das mag jetzt vielleicht negativer aussehen, als es vielleicht ist. Weil die Zombies laufen nämlich trotz alledem einfach nicht los. Gut, die ja, aber... Die sind schon alle taub. Hey, Jess, don't worry about wiring it. I got the keys. Der ist bestimmt schon ein Zombie. Und wir haben ihm Gewehr gegeben. Jess? Oh, Jess, no. Jetzt, au doch! Ich hasse das, wenn der immer 10.000 mal daneben ist. So, Jimmy ist zurückgekommen mit 5 mal Treibstoff. Offroad-Truck haben wir gefunden. Aber keine Überlebenden. Inventarplätze 10. Verbrauchmittel. Bereit zum Fortfahren. Inventar. Fahrzeuginventar wird fallen gelassen. Scheiße, er war schon... Ah, Mann, ey. Fahrzeug haben wir. Ja, und jetzt haben wir nur noch den einen Polizisten, den wir gerettet haben. Ey, mir juckt die Nase heute. Das ist echt schlimm. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Zustand 38 von 100. Scheiße, der muss auch unbedingt geheilt werden. Also, wir können nach Fortuna... Oder wir können nach Fortuna... Oder wir können nach Fortuna... Also, nach Pemberton, ich kann dann eher so, ich kann klicken, wie ich will. Ich kann auch mit den Tasten, ich versuche mal mit den Pfeiltasten, mit Rechtsklick, mit mittlerer Maustaste. Also, wir können nur so jetzt irgendwo nach Fortuna... Und ich würde sagen, ähm... Wir nehmen einfach mal jetzt, äh... Die Nebenstraßen, weil, ähm... Wir brauchen jetzt so langsam neue Mitglieder, obwohl die bringen uns auch nicht ganz viel. So, und jetzt erstmal ganz schnell irgendwelche Sachen hier im Inventar lassen. Das Beil... Komm, brauche ich nicht. Ähm... Zwei Laufschrotflinte brauche ich wirklich nicht. Das Gewehr behalten wir. Den Revolver lasse ich mal hier. Ähm... Einmal Gewehrmunition lasse ich hier. Und die Schrotflintmunition lasse ich hier. So. Du gehst auf jeden Fall los. Lebensmittel suchen. Oha. Nimm mal den Revolver und vorher gebe ich dir... ...ne Versorgungsration. Oder zwei. Wir haben jetzt nur noch eine, aber ja gut. Ähm... Wir brauchen jetzt unbedingt auf jeden Fall, äh, Versorgungsrationen. Wir brauchen Sprit und sowas alles. Schade ist nur, man kann mit denen nicht reden. Also, die haben... Die haben einfach kein Leben, außer dem kurzen Text, den man da anwählen kann. Ähm... Und man kann die halt einfach nur so komisch dumpf losschicken. Man kann keine mitnehmen zur Rückendeckung oder so. Ist das ein bisschen... Schade. So, der geht Lebensmittel suchen auf jeden Fall. Wir betreten den Ort, brauchen eigentlich auch nochmal Heilmittel. Irgendwer schießt da ja auch. Ah, Gott sei Dank, wir brauchen wenigstens schon mal kein Heilmittel nehmen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Echt jetzt. Wo kommst du denn weg? Jetzt ist aber Schluss mit der Scheiße, ey. Was man dem Spiel lassen muss, ist, hat seine Schockmomente. At least ist ein bisschen kürzer. Kann man da rein? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich guck mal eben, ob wir hier... ...in das Gebäude irgendwie rein können. Nein. Schade. Hättet ihr sein können. Ah, ist hier schon wieder Sprit. Desto mehr Sprit wir kriegen, desto weiter... ...kommen wir beim nächsten Mal. Allerdings, ich weiß nicht, also... ...was ich gelesen hab, ist... ...unser Ziel ist halt, nach Atlanta zu kommen. What is it this, Tom? Damit wir quasi da sind, wo die Serie... ...beginnt. Okay, warte, beeil dich. Geh tot. Du... ...ich kriegst jetzt... ...auf eine... ...naht. Okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass uns keiner folgt. Ich meine, ja, ich weiß, da wird geschossen. Da ist irgendwo einer. Da müssen wir auch bestimmt hin. Ja, ja, alles schön und gut. Äh. Aber ich muss vorher einfach mal die Gegend erkunden. Gut, hier scheint nicht zu sein. Ist ja dann willkommen da rein, wonach es auch wieder nicht aussieht. Aber das Sprit... Ah, Mann. So, komm hier schön in die Ecke, wo wir keine mehr anwappen. Also, was... ...was ich okay finde, es kommt teilweise wirklich so ein bisschen Gefahr rüber. Also, vor allem auch, wie gesagt, diese Schockmomente wie vorhin. Ähm. Die sind tatsächlich gut gemacht. Also, das Spiel ist halt auch nicht nur scheiße. Also, man kann jetzt nicht sagen, es ist echt nur Kacke. Es... Es hat so seine Tiefen... Das ist richtig. Äh, also seine Tiefen, also, äh... ...von der Programmierung her, vom Insgesamten her. Allerdings hat es auch ein paar gute Anwandlungen. Dann ist nochmal Daryl halt Publikumsliebling, was natürlich den Verdacht auf, ähm, Geldmachereien natürlich noch mehr erhärtet. Wie ist Merl hier? Suchen Sie ein neues Fahrzeug. Suchen Sie die Schlüssel für das neue Fahrzeug? Ich dachte, unser Sprit ist leer. Scheiße. Scheiße.